Los. Impostor in drei, zwei, eins. Katze. Razor Thass. Ah, nicht Brav Marte. Wenn ich rot bin, was heißt das? Froh Löst Thass. Oh, ich muss schon wieder hier Mario Galaxy spielen. Oh, jetzt habe ich hier einen verpasst. Alter, jetzt werde ich richtig schlecht in diesem Spiel. So, hab. Navigation, Navigation. Hi, Razor. Hi, Leon. Dööööp. Das Geräusch, wenn du so ein Ding auf dem Maus. Döööööp. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer von beiden nach oben und nach unten gerannt ist. Das ist natürlich ein bisschen Belasto. Das hätte ich mir vielleicht merken sollen. Hallo. Tschüss. Hallo Miafei, hallo Leon, hallo Otto. Hallo Kartenschlitz. Hallo Bianca, die mich gleich umbringt. Bitte mich in Ruhe lassen. Danke, Bianca. Tschüss. Oh, ich gehe jetzt nach Electrical, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Entweder finde ich eine Leiche oder ich werde mich umgebracht. Gucken wir mal, was davon es ist. Hallo, Leute. Dreht euch einer von denen um und killt mich. Ach, was downloaden in Electrical. Mensch, mein Lieblings-Task. Wie schön. Dit 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 dit. Wenn ich hier leben, wieder rauskomme, ne? Hallo, Bianca. Tschüss, Bianca. Oh, ich lebe noch. Ich habe es lebend aus Electrical rausgeschafft. Na, ist es denn schon wieder Weihnachten. Warum sabotieren die anderen eigentlich nie, wenn sie Impostor spielen? Das ist doch gerade der geile Teil dran. Die denken immer, ich muss doch ganz spartbar einsetzen und nicht immer so Reaktor-Kill, Oxygen. Die sollten eigentlich wissen, dass ich Impostor bin und einfach durchgehend sabotiert wird. Dann kann man schon festmachen, dass ich das bin. Mann, oh Mann. Hi, Leon. So, muss ich hier Telekom machen, oder? Was ist das? Ja, Telekom. Ich werde langsam müde. Ich merke das, dass ich die Tasks richtig langsam mache. Die Tasks sind fast durch. Oh. Gouda Report hat den Emergency. Nicht meinen Datendownload, bitte. Okay, Leute, die Tasks sind fast durch. Lass einfach skippen. Ja, auf jeden Fall Cafeteria war eine Leiche. Ganz oben, da, wo die ersten Tasks sind. Ich habe gerade mein Electrical hier an der Cafeteria gemacht. Und wo lag die? Ich bin ja gerade von Admin hochgekommen. Rechts Cafeteria. Achso, ja, ich war links Cafeteria. Ich bin ja von Admin hochgekommen und direkt links. Ja, ich kam gerade aus Navigation raus. Ich skipp. Tasks sind fast durch. Ich skipp einfach. Fucking Datendownload, ey. Es ist nur eine Person tot und ein Tasks. Immer so. Ja, let's go. Immer so. Ja, Razor immer noch Sas, ne? Ja, ja, vor dem Duo. Ich war so froh, dass ich da umgebracht habe. Ich finde, du bist ziemlich sus, weil du Sas aussprichst. Was ist das hier, England? Ja, das ist natürlich ein Argument, das stimmt. Ja, das ist ein sehr guter Argument. So, machen wir das hier hinten mal, Upper Engine. Das wird ein Taskwinne, Leute. Wir sind richtig gut gerade. Willkommen. Fixed lights. Ja, das mache ich gleich. Wenn meine Taskwür sind, kann ich mich auch sterben lassen im Electrical. Ich bin ja fertig. La 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 la. La 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 la. Lights sind doch so eine Sabotage, die lohnt sich so überhaupt gar nicht, weil du damit einfach nicht wirklich Zeit schimmst. Na, Leute, alle da. Aua! Ah, das war das Deckel. Oh, Fotorie. Alles klar. Wir haben das alle gesehen, oder? Ja. Was ist da gerade passiert? Ich habe überhaupt nichts mitgeschritten gerade. Ja, ja. Was ist passiert? Was habt ihr getan? Da wurde ja gerade einfach jemanden vor mir abgemufft. Ja, genau. Als ob ich das jetzt war. Das Problem ist, es war einer von den beiden grünen. Aber ich weiß nicht mehr. Das war Razer. Das war Razer. Wo es war, oder wann es war. Der Geist sagt, der Chat hat geschrieben, Chris war's. Danke. Ja, genau. Das war noch diese Situation, der gerade war. Warte, heute. Äh. Ähm. Ja, dann war's Razer, oder nicht? Nein. Hä? Das ist jetzt Folie. Wo war's überhaupt? Alter, wir waren hier im Tier. Wir waren hier alle zusammen unter Elektrik. Einer ist gestorben. Ja. Ja? Und ich meins nicht genau, wer es ist. Ich hab bald Razer reinhauen. Ich hab bald Polo reinhauen. Ich stand einfach nur da, weißt du, dachten wir so, ja, wir sind alle mit unseren Aufgaben fertig, wir schwindeln uns einfach bis vorbei ist, so. Na, verpist der ein. Also war da keine Kamera? Nee. Ist auch nicht Kamera? Ist auch nicht Kamera? Ist keine Kamera. Jetzt gleich ein Double kill und wir verlieren das. Das ist unglaublich, ne? Hatte der Impostor so'n Sonnen-Moeber auf, ja, hatte der. Die müssen jetzt wehen voten, die können nicht skippen. Ich kann nicht, was ich erzähle, ist überhaupt nicht. Die müssen wehen voten. Voted wehen. Ich hab Foto gekostet. Ich hab Foto gekostet. Ich hab Foto gekostet. Ich hab Foto gekostet, ich soll nicht da reingesprungen. Okay. Nein! Tschüss, Folie. Nein! Leute, was soll denn das? Guck mal, das ist dumm wieder. Hallo. Ich hab keine Tasks mehr. Und das sind die beiden Impostor? Ich flieg mal dem Impostor hinterher. Hier mal gucken, was er so treibt. Naja. Ist gut bei dir. Tasks gehen hoch, das ist gut. Tasks sind fast durch. Ja, Leon, du bist wohl tot. Außer du bist der zweite Impostor. Nee, war das doch dunkelgrün? Ich bin jetzt verwirrt. Wir hatten seine Tasks nicht fertig. Doch, er war das hier. Ja, doch, das war Razor. Razor. Macht einfach eure Tasks fertig, anstatt das zu fixen. Die sind praktisch durch, wenn ihr euren letzten Tasks abgebt. Und die das jetzt verlieren, weil die da alle hinrennen, anstatt ihre Tasks fertig zu machen. Dann krieg ich die Krise. Gott, ey. Otto ist schon da? Oh Gott sei Dank. Nice. Oh, das war gut lächerlich. Oh Gott sei Dank, Alter. Es war dunkelgrün. Ja, es war dunkelgrün. Ich hab's doch gesagt, dass es Razor war. Ich erzähle in meinem Chat aber auch die ganze Zeit, dass es hellgrün war. Ich hab das auch falsch gesehen. Ich hab mich gefragt, warum rennen jetzt alle zum Reaktor, macht doch einfach den letzten Tasks fertig, aber dann ist er fertig geworden. Ich so, oh Gott. Meine waren alle fertig, deswegen hat er eh nichts zu tun. Ich hab mir auch so gedacht, weißt du, ich wusste, dass da jetzt ein Stack-Kill kommt, aber warum bin ich derjenige, der stirbt einfach? Es war wirklich so traurig, ich mein, mein Cooldown war noch, ich weiß nicht, warum sein Cooldown schneller war als meiner, aber mein Cooldown war noch drei Sekunden runter. Äh, das ist gut. Ihr wisst nur, dass wir da, wir waren fünf Leute dort, ne, nicht vier Leute. Ihr wart zuerst, aber... Weil Chris will gerade wissen, wer waren die beiden Impostor, also das eine war dunkelgrün mit dem Sonnenhut. Ich war ein Folie. Genau, und Folie war welche Farbe rot, ne? Ja. Ja. Das, das andere Problem war, ich wollte eigentlich vorher so fassen, dass wenn ihr mich, äh, dass ihr so auf mich fixiert seid, dass vorher für euch Inno, äh, für euch Cooldown ist. Das war eigentlich mein Fall. Ah, ja, weil die, 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 die Sache ist halt, wenn du noch zu sechs bist und dann wird ein Impostor rausgewordert, also eins gegen vier schon scheiße. Ja, dann, dann hast du gar keine Chance mehr, vor allem wenn so viele Tards schon fertig waren, da... Ne, sag das nicht, also neulich hatten wir ne Runde, neulich hatten wir ne Runde, das war mit acht Leuten. Ich hatte nur nach einer Möglichkeit gesucht, irgendwie ein richtig, ein, einfach einen Typen zu sassen, der so gerade am, am falschen, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Otto war für mich zu alt. Ja, irgendwie, wir hatten schon ein paar Tagen eine Runde, da war ich mit irgendjemandem anders im Poster, ich hab einfach vor den Augen von drei Leuten jemanden umgebracht, wurde instant rausgeworitet, dann war ich Geister im Poster und wir haben das einfach gewonnen. Also, das war schon echt geil, ne? Weil, weißt du, weißt du dann wirklich so eins gegen fünf der anderen Poster und ich hab halt nur die ganze Zeit sabotiert und wir haben gewonnen, easy. Ja, bei mir war's aber richtig, also ich fand das richtig sad bei uns. So, warte, wer fehlt denn jetzt? Wir sind zu siebt. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt raus bin. Dass du jetzt noch ne Runde mitmachst. Genau. Hä? 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 Ja, ich bin eigentlich dafür, dass ich jetzt ins Bett gehe. Ja, würde ich nämlich auch. Ich bin nicht einfach gut dagegen, deswegen nehme ich ganz schön sus. Ja, so, so, so. Da kannst du mich ja reporten, wenn ihr alle mitmacht, dann könnt ihr mich aus dem Bett werfen. Hey, ja. Ja. Figi. Ich hab's mir noch mal, ich hab Folie sagen, wie es so ein sus Ding sein. So, ich bin einfach mal geboten, dann sagt die so auf dem Gott. Ich hab mir so, racer, racer, racer. Mir war's halt scheiße, egal wer's sus, weil die tasks waren ja praktisch durch, aber irgendwer hat ewig lange gebraucht dafür. Ja, tasier, das ist scheiße, man. Ich hab einfach nur ganz am Anfang so richtig random gesagt, ja, racer ist sus, ja, folie sus, und sim ist beide auf einmal so, what the fuck. Ich habe gesehen, dass nur noch Racer alleine übrig waren und dachte ich so, okay, weißt du was, ich zögere die Tasks ein ganz bisschen heraus, nicht sehr weit, aber ein bisschen, damit er noch ein bisschen mehr Chancen hat. Ja, aber das ist halt viel geiler, wenn du schon 1 und 3 hast. Dann wäre es halt geil, wenn man auch wirklich Chancen hätte. So Leute, 1 gegen 5 jetzt, ne 1 Impostor auf 6 Leute, aber ewig viele Tasks und 10 Sekunden Kill Cooldown, let's fucking go. 10 Sekunden Kill Cooldown? Killstreak! Boah, aber der Doppelkill wäre so geil gewesen, Poli, du hast ja auch so hart drauf. Eigentlich habe ich nur Soul geschrieben, weil ich dann so richtig auf dich geharrtet bin, wir hätten eigentlich auf allem gehen sollen. Los geht's Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Die Tür random zumachen. Ye good old electrical kill. Dann darf ich wieder was sabotieren, ich würde keinem was sabotieren. Ich muss jetzt mal irgendwie rausfinden, wo ich jetzt hier wen töten kann. Ich glaube, wir regeln das mal ganz einfach so, indem ich gucke, ob hier drüben irgendwo wer ist. Dann schmeiße ich den Reaktor an. Das ist aber niemand dort. Ah, das war zu früh. Ich konnte ihn jetzt nicht. Wir müssen einfach immer wieder hinrennen. Hallo, Leute. Alter, der schreckt mich doch nicht los. Alter, hast du denn den Poster? Alter, das leben doch alle. Ja, ja. Also, erstens wollte ich gucken, ob alle noch leben. Ja, toll. Und zweitens, alter, wie scheiße ist der Poster, weißt du? Ich renne nach rechts, mach der nicht hasse, weil ich renne wieder nach links, weil ihr keine den, äh, links fertig machst. Ich renne nicht wieder nach rechts, renne nicht wieder nach links, weil der schon wieder da offen ist. Alter, vor allem, ich dachte mir so, oh, ich mach meine erste Tats, ja, warum ist der Reaktor mit da und jetzt schon da? Ich hatte aber gerade richtig Schiss, weil Dumbatz und ich, er hat zusammen eingesperrt, weil ich habe schon, er tötet mich gleich und dann kam irgendwie die Idee. Ich habe gesehen, wer, wer bei dir war, dann hätte ich sofort reportet, aber ich hätte auch noch mal schnell. Das war jetzt aber auch echt gruselig, als wir da in dem Raum zusammen waren. Ja. Hast mich gar nicht angewackelt. Nicht wahr? Gestresst. Ich mag euch. Ich bin aber nicht zu nah. Pst. Ich weiß jetzt einfach diesen Reaktor tausendmal an. Jetzt laufe ich da wieder entgegen, mal gucken, ob ich da noch ein bisschen finde. Hier ist niemand mehr. Und natürlich Bianca, die Arme. Was kommt davon, wenn sie mich nicht anwackelt? Ach, geh, geh. Das war ein Body Report, in Storage, direkt nach dem, also wenn man von Electrical kommt, direkt dort vor dem Kanister zum Nachfüllen. Da habe ich rein zufällig gerade Leon herkommen sehen. Da habe ich aber auch zufällig... Das Problem hat er letztlich nicht in der Nähe gesehen, aber das heißt auch nichts. Ja, also ich kam gerade von Lower Engine und bin direkt zu Electrical hochgegangen. Bist du nicht mit Maya Richtung Storage gelaufen? Ja, und danach bin ich zu Electrical hochgelaufen, weil ich dann noch meine Fixed Wiring Task hatte und diese eine, wo sich dieses Ding im Kreis dreht und man rechts zum richtigen Moment drücken muss. Das heißt, ich bin gar nicht in Storage gewesen. Ich weiß aber auch nicht, wo Maya Faye danach hingelaufen ist. Sie ist Richtung... Äh, Moment mal. Also ich glaube, die sind nirgendwo mehr hingelaufen, die ist tot. Ja, sie ist in Storage gelaufen, aber nicht weiter. Okay. Aber deswegen meine ich, ich habe da nur noch Leon rauslaufen sehen, bevor ich in Electrical reingelaufen bin. Ja, aber da war noch keine Leiche. Ja, das ist, was ein Imposter sagen würde. Was? Der war noch keine Leiche? Ach was! Als du da reingelaufen bist, war da bestimmt noch keine Leiche. Nö. Ich weiß nicht. Wollen wir es kommen oder wollen wir Leon warten? Also ich bin es nicht. Ich bin zu Bock verruten. Ich bin zu Bock verruten. Ich weiß ich nicht. Das Ding ist mir persönlich, ist das jetzt noch zu unsicher. Ich habe geskippt. Es ist halt 10 Sekunden cooldown. Ja, 10 Sekunden cooldown ist halt schon hart. Eigentlich Electrical, wenn es wieder raus ist, wieder jemand geht. Komm ich nicht in den Storage rein, wenn ich in Electrical bin. Doch, doch, doch. Gut, ist auch schon eine Ecke, ne? Schaffst du. Ja, du kommst. Also Meier könnte mich bestimmt schützen. Ja. Nee, ich glaube die... Ich glaube die... Meier könnte mich bestimmt auch sagen, wo es war. Ja. Was? Komm zu. Nein. Damn. Niemand wurde erreicht geworfen. Außer Biakka, die ist tot. Oh. Oh, okay. Ich halte mich jetzt einfach mal hier rechts und schmeiß dann wieder den Reaktor an. Wenn ich wen finde. Lalalala. 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 sache ich erzähle mal kurz was passiert ist also wir standen alle da und du swipes direkt an razer vorbei das ist auch gerade so dumm aus einfach weißt du ich habe noch nie der morgen ich habe noch nie den poster so schnell laufen sehen das problem ist gut auf höhe für mich sagen weil ich das nicht gesehen ab ich habe keine ahnung man das ist vollkommen in ordnung razer so um wir müssen jetzt irgendwie voten ich wollte jetzt einfach irgendwen ich vote mal irgendwen genau hätte direkt weitergelaufen ich habe ihn direkt an ihm vorbeilaufen sind also wirklich der das das hinter uns gewesen ist danach direkt vor uns aufgetauscht ihr seid beide links und ich bin rechts rein in security rein und gerade gleich wir waren alle auf einem haufen eigentlich und gerade gleichzeitig raus gelaufen und er überholte und einfach so war das nicht einfach nur ein grafik glitsch bei dir dann das war garantiert kein grafikglick aber wieso sollte irgendwer schneller als ein anderer sein das geht nur durch den kill das nächste mal müssen wir übrigens noch die reichweite auf maximal setzen das will ich auch noch mal sehen ich wusste nicht dass man schneller wird durch nen kill was ist das denn du sagst halt nach vorne ja sagst das richtig gott das dumm denkst du du bleibst nicht damit also mal ganz ehrlich dann gehst du denn zu dem typen der ist mal ganz ehrlich ich hatte zwischen verdacht an dem punkt wo das zweite mal in folge einfach nur der reaktor kam und er und noch niemand tot war ja ja habe ich auch da habe ich dich umgebracht ich hatte ihnen verdacht als wir eingesperrt waren zusammen aber da kam mit der emergency button ich hätte dich trotzdem nicht gekillt bianca ich wollte dass du denkst eigentlich wollte ich am anfang ich habe ja super viele tasse eigentlich wollte ich am anfang nur ein bisschen nur laufen lassen und dann anfangen das war genau meine vermute dass du dann den posten ist und dass du einfach das aus spaß machst weil du das so richtig aus spaß eingestellt hast und dass du zufällig andere posten kriegst und einfach sagst okay ich mache mir jetzt spaß draus ich kann das eh ich hätte geduldiger sein müssen dann hätte ich es auch gewonnen ich habe mir bloß gesagt hey komm mal auf dem haufen killen damit es einfach dumm aussieht aber ich hätte nicht gedacht dass man das direkt sehen kann dann wenn ich auf einem haufen wen kille dass ich dann so das wusste ich nicht das habe ich nicht gesehen da war ich nämlich derjenige der gestorben ist ich habe ich habe schon videos von morgen hast gesehen wo leute das gemacht haben da hat niemand gedasht da standen ja einfach alle still ja gut wir sind ja in der pro league also wer ist in der lobby drin wer ist was sagt wo konnte ich doch nicht wissen dass ich da däsche sonst hätte ich euch einfach noch zum o2 hochgeschickt einer oben einer unten den oben hätte ich gekillt weil da lag er es gleiche gewonnen gehabt also ich bin erst vorbei gelaufen und merke ich so was haben die idioten da gemacht das nächste mal mache ich das nicht doch dass der kill sind lustig ist auch lustig eigentlich ja sind sie welchen langt hast habe ich mit der ich auf jeden fall jetzt schon mal hin wer hat folie gekillt die maya fey hat gerade folie gekillt die kam gerade beim o2 raus kam mir entgegen und da ist einfach die leiche noch umgekippt vor meinen augen es kann gut sein ja frage ich mich auch was auch maya fey das tun würde das ist aber jetzt insta report hier so es gibt 50 50 ja ich kam gerade aus dem cockpit ich kam mal aus dem cockpit ich kam euch entgegen ich weiß du bist zurückgelaufen das ist kein 50 50 wieder mal die übliche sache weil du kannst ja einfach voten und dann gucken wir beim nächsten mal wenn es schon noch lebt haben wir ihn dann halt raus muss ja nicht ein deutsches die wir die da vermachen haben wir den jetzt beim ersten boot kriegen also ich frage mich warum maya fey sowas tun würde vor meinen augen ich habe mich jetzt aber auch gewundert weil ich genau wusste mit polen ich hab dir noch um kippen sehen einfach und anstatt dass sie ihre zehn sekunden da versucht nutzt um mich noch zu killen die läuft einfach weg so nicht mal gewendet einfach so tschau mit au ne tschüss ich hab mir schon so gedacht ey wenn sie das jetzt macht wäre das mega dumm ne ja war's auch gott war das dämlich ey richtig flach gelegt genau mein Ruhr flach gelegt ohjeje ja jetzt kann ich nicht mehr sitzen hmm ohjeje go o traffic Ja, nur im Reaktor liegt ne Leiche. Tja, du willst ja sagen, es ist Folie, ne? Ja, ganz bestimmt, der, der von allen hier hochgelaufen ist. Die pinke Folie. Stimmt. Scheiße. Und ich hab mich schon gefragt, warum stehst du ne Kapitel hier einfach rum, wenn der Reaktormel dann losgeht. Ich dachte, ich kann den Knopf drücken und sagen, ich bin selber sus, weil der Reaktor gegangen ist. Ich wollte eigentlich nur einen richtig dummen Move machen. Tschüss. Ja, das war schon High-Level-Play hier, ne? Könntest du ein Tournament mitgewinnen. Der Kill-Counter ist einfach so niedrig, ich hätte es wahrscheinlich noch geschafft, auf die obere Hälfte hochzulaufen, weil ich ihn ja nicht gedrückt hab und einfach euch noch abzustechen, bevor ihr das reportet. Also mit der Geschwindigkeit hättest du es locker in einem Tournament geschafft. Ich glaub, ihr hättet gar nicht gesteckt, dass ich tot bin und... Ja, ich weiß nicht, ich wollte einfach nur was dummes machen, schuldiko. Das hast du geschafft. Jetzt. Da war noch ein bisschen Luft. Mit Luft. Oh nein. Ich verarsch die jetzt. Oh, komm, mach den Reaktor aus, bitte. Ich will nicht so fallen, ich will auf den Knopf drücken. Was? Alter, der Folie, seid ihr? Ja, moin, als ob... Steh ich da grad bei diesem Hunting, dann kommt der an und killt mal. Na, hab ich euch denken lassen, dass ichs wieder war? Als ich da an dem Knopf stehen geblieben bin? Wer war blau? Blau hat richtig Stress gekriegt grade, ey. Ich hatte auch gerade, du hast nicht Angst. Das ist Folie. Killt die Eifung. Ja, es ist Folie, tschau Folie. Das war schon ein ziemlicher Power-Move von mir, nicht zum Reaktor zu rennen gerade, oder? Ey, ohne dass... Ich hau sie mir auf, dass diese zwei Sekunden runtergehen, das wär der schnellste Win gewesen von allen, ey. Ich hab so gehofft. Naja, man wär auch relativ schnell, wenn, äh, auf einmal wieder einer fehlt. Okay, Leute, ich mach mal zehn Sekunden hoch auf zwölfeinhalb. Lief auf jeden Fall gut. Lief auf jeden Fall gut. Gäff... Gäff, Marte. Gäff, Marte. Das ist true. Kannst du das vielleicht erst mal callen, nachdem ich den Reaktor sabotiert hab, bitte? Was soll denn das? Ich kann nicht... Ich musste doch gerade erst mal so tun, als wenn ich da was download und dann den Reaktor sabotieren. Was soll denn das? Meine Fresse, ey. Ist das gerade ein Geständnis? Was passiert? Ja, let's go. Warte mal, wen wohnt ich jetzt? Dummbatz. Dummbatz. Du bist ein Dummbatz. Du bist ein Dummbatz. Dann kann ich meine Tasks gleich schneller machen. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Das ist einfach für Next Level Taktik. Wenn er ist jetzt wirklich schmaler. Ach. Jetzt sollten wir keinen Reaktor mitmachen. Den Scheiß hätte ich mich anschmeißen, wenn ich tot bin. Beste. Tod ist das Spiel viel geiler als lebendig. Wirst nicht abgestochen, kannst alles so richtig schnell machen. Kannst Leute verarschen. Beste. Ich bin gern tot. Soll ich vielleicht mal mit dem Psychologen drüber reden? Hey, das ist ja gar nicht Reaktor. Was ein Noob, Alter. Was soll denn das? Das ist ja gar nicht Reaktor. Kollege, du musst den Reaktor sabotieren. Ist mein Download nicht fertig geworden. So ein Mist. Folie ist es. Der hat gerade noch wieder abgestochen. Die Tasks werden noch einfach nicht fertig. So viele wie das sind, ne? Das ist unglaublich. Hallo Maya Fey. Goodbye Maya Fey. Na Folie. Ja, Beste. Ey, wir gewinnen das nicht, weil Reza nie seine Tasks macht. So, Upload. Der Geist zieht jetzt die Karte durch. Uh, gruselig. Maya Fey ist auch todnerreizend. Da liegt die Leiche, Alter. Das ist auch einfach die Stelle, wo Bianca immer stirbt. Ey, die sollte vielleicht nicht mehr hier lang laufen. Alles klar. Ja, tja, blöd gelaufen. Also, wer von euch war's? Ich. Ey, tote Sprache. Sprechen nicht. Ey, ohne Wien. Ich. Ich. Ich glaube, du sprechen länger. Das hat hier keine Sachen passieren, ne? Ich. Ich. Ich glaube ich habe das Echte vom Zumbat noch gehört. Ja, das sind die Geister hier wieder, die spuken. Ah, ja. So. уки. Die Geister und ich glaube, dass die Fresse halten müssen, wenn die Lebende reden. sag ich da nur ja eben sag mal wer ist das also ich war jetzt kaputt im reaktor wo war die leiche überhaupt in storage deswegen wollte ich ja wissen wer von euch das ist bevor ihr das weißt also ich behalte der reaktor das ist am arsch der welt da kommt doch kein wett hin ja und ich war gerade bei o2 oben ich wollte gerade hinlaufen ja und kann und ich war da hat die leiche gefunden cool super jetzt sind wir auf jeden fall schlauer also wenn du beim reaktor war nicht dass der imposter das hier nötig hätte aber ich habe jetzt die letzten runden so viel dummes erlebt du weißt doch vorher ich mache sowas dummes nicht wir können doch einfach wir können doch einfach auf jeden Fall und bringen dann ins kurz oh ne scheiße komm jetzt 50-50 50 da muss ich los Alter. Alter, rip, ey. Tschüss. Alter, richtig rip, ey. Gott, sah das dumm aus einfach. Ist aber schön, dass ich Insta-Suss war, ne? Der Foto hat die Regel gebrochen. Gott, Alter, ist das geil mit einem Imposter, aber einem richtig niedrigen Kill-Timer und 1000 Tars. Das ist richtig lustig. Alter, das geht so ab. Vor allem, ich bin noch vor der Folie in die Ecke gelaufen, weil ich dachte so, oh scheiße, Folie, folgt mir. Und dann war ich einfach dead. Ja, dann war ich tot. Da war dein Schicksal schon besiegelt. Warum würde Maya das tun? Ich habe nur gedacht, dass du im richtigen Moment stirbst. Oh Maya. Oh, Shindaru. NANI? So, erst downloaden und dann direkt den Knopf drücken und sagen, dass ich den Raktor manipuliert habe. Ach, jetzt ist ja leider das Licht ausgemacht. So ein Kack. Dann mache ich halt erstmal das Space Invader-Spiel und dann nach. Na, Folie, bist du wieder. Dann mal wieder das Licht wieder anmachen. So Leute. Jetzt schon. Ich habe Space Invaders gespielt und als ich fertig war, lag deine Leiche neben mir. Ja. Deine Folie ist das, ne? Ja. Mega Folie war's. Also ihr könnt wissen, dass ich es nicht war, der Reaktor ist noch nicht angegangen. Das war Licht, ich mache nie Licht. Aber vielleicht sagst du das ja auch noch, weil du ausfassest, was ihr jetzt mal Oxygen anmachen wolltet. Ja, ja. Na Oxygen hätte ich auch angemacht, das war Licht. Wer macht denn Licht an? Das machen nur Noobs. Die waren Licht an. Space Invader. Bianca macht Licht an, Bianca Suss. Okay, Maya ist aus. Ja, Bianca fliegt. Sass. Sass. Ciao Bianca. Auf Wiedersehen. Bye bye. Gute Reise, ey. Zwei Mal. Tschüss. Gott, sind die Runden gerade geil. Schade. Mach das Licht mal wieder an und sterb dann in den Electrical. Let's go. Oh, ich habe diese Mad Bay Tast, die 1000 Jahre dauert. Mach ich einfach nur das Licht wieder an und dann ist gut. Danke Leon, du bist das bestimmt, oder? Ich laufe dem jetzt einfach hinterher. Na? 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 RSG steht einfach nur der ganze dummen Komms rum. Reise hat gewendet. Unden rechts. Unden rechts. RSG und ich waren beide im Commroom und dann unten rechts in diese Wend rein. Bei Shields. Tschüss. Boah, das pull ich nächstes Mal, wenn ich Imposter bin so. Das klappt ja richtig gut. Beste. War das dreckig, ey. Wie ich so dumm neben euch rumgetanzt habe war Beste. War das ne dreckige Runde, Alter. Ich bin so angeekelt. Ich habe keine Tasks gemacht, ich habe nur das Licht wieder angemacht, damit ich den Knopf drücken kann. Vor allem, wie hast du gerade gewonnen? Waren doch noch vier Spiele, oder nicht? Naja. Wir werden Imposter rausgehauen. Naja. Wir werden Imposter rausgehauen. Wir werden Imposter rausgehauen. Wir werden Imposter rausgehauen. Naja. Ich bin nicht jede Runde Imposter. Der Reaktor war noch gar nicht an, Mensch. Genau. Das Ding ist, ich wurde gerade bei diesem Asteroiden Kill gerade getödelt, als ich noch einen einzigen Asteroiden vor mir hatte. Habe ich das Mad Bay Ding, was ich mal anschalten müsste? Machen wir das und dann drücke ich auf den Knopf. Dann drücke ich auf den Knopf. So, dann läuft der Scheiß hier schonmal. Oh Leute, der Reaktor. Leute, ich stelle mich an den Tisch. Oh mein Gott, Alter. Was macht der Reaktor aus? Okay. Ich möchte an der Stelle nur sagen, ich war das wirklich nicht. Ich wollte gerade schon sagen, tschüss hast. Der Reaktor ist an, tschüss hast. Ich bin extra am Knopf geblieben, um euch zu sagen, dass ich das nicht war. Ich wüsste das. Tschüss aus. Ne, würde ich nicht sagen. Kursus. 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 Klingt wie ein mathematischer Term. Kursus. Oh, bitte nicht. Bitte nicht, draußen ist kalt. Oh Gott. Oh, ciao. Ne, Mist. Fast. Profi-Move. Ich habe nämlich dieses komische Ding, was eine Minute dauert, angemacht vorher. Na, Leon, drückst du mich jetzt um? Darf ich erst hier noch reindrücken? Okay. Ja, gut. Liegt dir jetzt eine Leiche? Nee. Da hinten liegt eine. So, folgende Sache. Weißt du, ich lauf gerade zu Shield runter. Da steht Leon direkt bei mir, ja? Razer, folgt mir die ganze Zeit. Ich will gerade in Shields rein. Da macht er diesen dreckigen Kill und wendet direkt weg. Ich habe gesehen, wo Leon langgelaufen ist. Ich war gerade oben da, diese Luftschleuse, diese Blatt rausmachen. Da ist er an mir vorbeigelaufen und dann runter. Die Location passt also sehr gut. Razer hat ihn getötet, direkt gewendet und dachte, ich sehe das nicht, ey. So ein dreckiges. Ja, Razer, such's ne. Raus mit dem. Das geht, Alter. Genauso schnell, wie die anderen beiden vorhin auch. Kann gleich wer auf den Knopf fallen und Folie rauswurten, wenn Razer... Ja, der kann ja leider. Ich dachte so... Merken die ja nicht, dass ich wieder raus bin? Bestimmt. Wenn ich einfach mit schlicht bin. Oh Gott. Nächstes Mal hau ich wieder auf den Knopf, Leute. Ich schwöre, jedes Mal, wenn jetzt einer von euch den Reaktor macht, drücke ich auf den Knopf. Alter, ist das ne dumme Runde, ey. Was ist los mit uns? Also ich find das voll geil. Ich find das auch so lustig. Oh, ist das nicht wahr. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich nicht Imposter bin, ne, okay. Tschüss. Tschüss. Schöss. 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 Wer hat Sass gesagt? Irgendwann hat Sass gesagt statt Suss. Wer war das? Schöss. Schöss. Ich wohne Razer, der hat nicht Suss gesagt. Schöss. Schöss hat den Sass-Virus. Kritisch. Ok, was machen wir jetzt? Ich hab dich denn gerade aufgeregt. Schöss. Was ist denn so schlimm? Los, Razer raus, der hat nicht Suss gesagt. Schöss. Schöss. Wolltest du entweder, äh, wolltest du, äh, wolltest du kein Imposter sein? Suss? Auf jeden Fall wollte ich kein Imposter bei den geilen Einstellungen momentan. Ja, ich leb noch! Wisst ihr, was auch noch richtig lustig wäre? Jedes Mal, wenn ein Meeting ist, müssen wir einen raushelfen. Oh. Also wenn die Imposter dann noch verkacken, dann seh ich wirklich, dann seh ich nur noch schwarz. Oh, Leute, Leute, ich wollte euch gerade nur mitteilen, habt ihr mitgekriegt, dass ich den Knopf jetzt mehrfach drücken darf? Ich wollte schon sagen, ich dachte schon, du sagst jetzt, ja, ich wollte nur nochmal sagen, dass ich es nicht bin, damit ihr wirklich sicher denkt. Ja, übrigens, ich bin's wirklich immer noch nicht. Okay, jetzt reicht. Mach einfach das Agent U-Boot, so, dass ich es nicht bin. Ja, ich weiß halt, dass ich es nicht bin. Ich bin's auch nicht, aber ich wollte mich als Vertrauensvotum mal selber, let's go. Du bist jetzt Vertrauensvotum. Ja, gute Reise, ne? Ey, wenn wir das jetzt gewinnen, deswegen, ne? Alter, wär das dumm. Das wär echt sad, weil wir die Runde mit der Folgen schon rossetzen können. So, mach ich mal beide Tage. Also, es ist jetzt nicht, fahr ich über die scheiß Grenze. So, wir werden wieder schnell fliegen. Wer, wer muss fliegen? Mich, ich, 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 da kann ich mal jetzt fast das Geist machen. Geister können fliegen. Ja, losen. Es macht gerade die Steine da in der Luft kaputt, das ist voll unfair. Wer soll jetzt rausfliegen? Ich hab doch nichts mitgeschnitten. Ne, Faye hat gerade die Steine kaputt gemacht in der Luft. Ach komm, reißen doch alle drauf, ey, ohne Witz. Der scheiß Reaktor, ey. SG, geh da runter mit deinem fetten Arsch, ich will mich auch scannen. Da kann ich halt Telekom. Oh, guck mal, das ist gerade, was soll das denn? Ist gar nicht Telekom, das war ja richtig so. Mit der RSGE ist das, der hat gar nicht gescannt, das war viel zu lange. Was ist das denn? Das hab ich ja noch nie gesehen. Oh, du bist einfach, okay. Na, RSGE, auf wen wartest du hier? Oh, Mann. And Razer did it again, Adam. Teufel. Ich war gerade bei No-Engine, ich bin hier einfach nur gefolgt, ne? Einfach so, ich dachte mir so... Ja, du hast sie gefehlt. Okay, geh ich runter zu Loppen und Razer auf einmal drauf... Oh, Mann. What the fuck, Alter? Tschüss. Ist das ne Scheiß-Runde? Tschüss. Goodbye, auf Wiedersehen. Wer war's denn, Jens? War's wirklich Razer? Hey, es war ja wirklich Razer, Mensch. Dumm. So, Leute, meine zwei Gehirnzellen sind warm gelaufen. Nächste Runde spiel ich intelligent. Wohh, oh, 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 oh. Uh, muss ich Angst haben. Sei ernst, so langweilend. Weißt du, da macht man irgendwas witziges, wenn du voll ein Kuh-Mate haben. So, mal schauen, ob ich jetzt Imposter bin. Nee. Hm, ja. Leute, das ist nicht in Ordnung. Ich wollt grad den Tisch drücken, dann lag da ne Leiche daneben. Und der Letzte, der mir entgegen kam... Ja, der stand doch da die ganze Zeit. Wer, wer ist nochmal nach, wer ist denn wieder nach links gelaufen? Ja, also eben kam mir jemand entgegen und das war der gute Riske. Riske? Riske. Entgegen? Entgegen? Hau doch einfach auf den Tisch, nachdem du jemanden am Tisch umbringst. Einfach sag, ich war's nicht. Der Reaktor war doch schon an, Jan. Ich glaub, ob die Leiche dann weg ist, oder nicht? Der Reaktor war's. Ist die Leiche weg, wenn man reportet? Ja, klar. Nee, ich weiß nicht, wenn man... Müssen wir gleich mal ausprobieren. Musst dir mal vorstellen, im Emergency Meeting dann stehen da auf einmal alle und dann liegt da ne Leiche, ey. Ich glaub echt, dass die Leichen dann weg sind, das wär eigentlich mega smart von ihm gewesen, so einfach sagen, Just for fun, ey, ich find's nicht so. Es gibt auch Momente, wo gleichzeitig jemand gekillt wird, wenn man grad reportet. Tschüss. War nicht die Leiche. Ich glaub, ich hab mich vertan, ich glaub, das war gar nicht RSGE. Oh oh. Tja, so ist das. Es war Folie! Oh, war er doch. Oh, das wär ja wirklich Riske. Oh. Ich hab doch gesagt, zwei Gehirnstellen. Einen hab ich genutzt, um die Leiche zu sehen und einen hab ich genutzt, um RSGEs Farbe zu erkennen. Wo sind die? Das ist wie viel? 21? Die hast du. Achso, 21. Warst du? Schlau ist sie? Janka und ich haben zusammen 23 IQ. Ich hab zwei und sie hat drei. Ey, du hast... Ihr habt so viele IQ, wie ich Chromosomen hab. Ja, Beste. Oha. Krisomie 23, oder? Darf ich jetzt auch bald wieder Imposter sein? Sollen das? Oh, ich hab nichts im Medbay, super. Dann kann ich ihm mehr Zeit lassen. Oh nein. Ich hab Angst. Ja, moin. Ich dachte, ich geh euch einfach auch noch mal auf den Sack und ich wollte nur mal sagen, ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ist sie dir sicher? Fick dich, ich war gerade bei Meteoriten fast durch. Ist der Reaktor schon an? Ne, noch nicht. Dann war ich's nicht. Ich lass's gar nicht jetzt drauf anlegen, drauf ankommen. Ich hab gesehen, wie Leon grad wenden wollte. Ich find RSGE ziemlich sus, was macht der die Meteoriten zuerst? Ist ja echt so. Was? Leon wollte grad wenden. Ja, schon irgendwie. Ja, mega. Echt? Leon? Hauen wir jetzt Leon raus? Ich hab RSGE gewartet, weil er Meteoriten gemacht hat. Ich hab RSGE gewartet. Ja. Ah, okay. Ja gut, ne? Machen wir mal, ne? Tschüss. Das hier hat auch noch nicht geworgen. Gott, ist das dämlich gerade einfach. Wenn's jetzt zu Ende ist, krieg ich den richtigen Lachkrampf. Es wär so traurig. Nee, okay. Oh Gott, ich hätte es nicht verkraftet. Mein armer kleiner Hund liegt jetzt traurig am Spawn. Ihr habt das zu verdanken. Oh, endlich. Ich hab den Hund nicht gefunden. Razer stand grad bestimmt mindestens 5 Sekunden auf einer Vent. Und ich wette, wenn da ein Imposter drin saß, hat er von unten seine Eingeweide gesehen. Das ist nicht gut. Ich report Razer für Unzucht. Hey, Leon, du wolltest grad wieder wenden, ey. Was soll das hier? Unzucht. Eigentlich wollte ich auch gerade nach O2 noch mal kurz den Welfenzie Calling machen, um zu fragen, ob jemand RSGE-Hund adoptieren möchte. Nein. Ich esse den. Ich wollte eigentlich meinen Hund zum Spielversprügung stellen. Also ich werde für YouTube diese Videos dann so cutten, dass das hier am Ende die schlauen Runden als eigenes Video sind. Oh, Leute. Oh, Leute. Ja, und da ist die Vente vor mir. Die gehen gar nicht so. Ja. Aber stellst du dich auf 50 Sekunden auf eine Wente oben drauf? Das ist ja auch frech. Tschüss. Nur weil ich den Platz blockiert hab. Ja, ich wollte da rein. Oh, 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 oh. Ich seh die scheiß Hunde nicht. Da liegt einer. Leon! Okay, pass auf! Pass auf, Leute. Folie, Sus, weil Leon und ich, die waren... Leon, Maya und ich, wir standen alle noch am Knopf, deswegen war alles cool, aber Folie war nicht am Knopf, deswegen war der Sus. Ja. Mega. Ich wette, das wär so das Mega-Mind-Game, wenn du jetzt einfach im Poster bist, weil du alle visualisiert hast und alle raus sind, deswegen. Oh, das wär so das Mega-Mind-Game. Oh, Leute. Vielleicht kannst du nein. Ohne Witz. Ja, und wie gibt's euch so? Ja. Vote mal Maya-Fail. Ich vote jetzt nicht, wir haben noch 100 Sekunden zu diskutieren. Keine Sorge, wenn du draußen bist, drück ich den Knopf gleich nochmal. Ach so, okay, ja gut. Ey, das wär so ne legendäre Runde, da weißt du, kein Kill, alle nur rausgewordet und der Poster ist gewonnen. Das wär so lustig. Ich geh das so kurz hinter spielen. Echt? Oh, scheiße, ich hab immer falsch gespielt. Mein Weltbild ist komplett zerstört. Ja, er labert jetzt bloß, weil er ein Poster ist. Ich hab's nicht in meinen Navigations reingeschafft, also wirklich. Ja, das ist was ein Imposter tun würde, nicht mal nach Navigations rennen. Im Poster laufen auch on purpose langsamer, um zu gucken, ob da jemand ist. Ne, ich lauf ja extra schneller, wenn ich wen töte, da hab ich ja mitgekriegt. Ne, 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 ne. Ich hab's auch noch nicht an. Alter, das hast du jetzt so oft gesagt, da warst du's doch, du. Du nutzt das aus, ne? Ja, ja. Ne, ich versuch einfach in solchen Spielen ne Wildcard zu bleiben, dass du nie weißt, ob ich's bin oder nicht. Ja, du bist ne Wildcard, aber wenn ich jetzt nicht bin, dann haut ihr danach direkt Dummbatz raus. Weißt du, ich sag's dir, ich hab früher immer die wilden Kerle geguckt, da hieß das immer, alles ist gut, solange du wild bist. Wildcard, oder was? Wilde Mädels? Was? Die wilden Hühner. Die wilden Hühner. Ja. Ja. Guck, guck, guck. Ja. Zehn. Neun. Ja. Gute Reise, ne. Ich hoffe, du hast dich warm angezogen, ihr habt gehört, es ist kalt da draußen. Ich werd jetzt wirklich rausgeworntet. Ich hab ja schon Planeten ausgeguckt, keine Sorge. Ciao. Ciao. Wir sehen uns dann nächste Runde, ne? Wir sehen uns wieder in der Hell. I'll be back. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's mal nicht gut. Ich hab's mal nicht gut. Aber danke, dass du für mich noch meinen Reaktor angeschmissen hast, Bianca, aber nett von dir. Und dein Tentakel hat sich auch echt gut angefühlt, gerade in meinem Bauch. Ist doch viel lustiger, wenn ich sein Ende nicht war bei so einer Runde, oder? Warte mal, können wir die Crewmate Vision mal auf ein Minimum machen? Nein. Du musst im Poster sein, das Licht ausmachen, so geht das. Würde ich jetzt machen, wenn du aber wieder Crewmate. Ich springe nochmal kurz in den Vent. Ich auch, ne? Ich wollte nur sagen, ich bin zart. Ey, ich bin nicht zart. Ey, ich bin schon Navigation? Der hat zart gesagt, der hat zart gesagt und nicht so. Report, wer war das gerade? Ja. Wer war das? Deswegen gab es noch eine Beispiele, ich habe es jemals zart gesagt. Ey, wer war das? War das Razer? Das war Argen, das weiß ich nicht. Razer hat gerade gesagt, er ist bei Navigation. Ja, und Fully hat zart gesagt, aus dem Fully. Ciao. Ich gebe einfach auf, Alter. Gute Reise, ey. Ja, danke schön. Weil, weißt du, wer Sass sagt, ist auch Sus. Musst du wissen. Jesus. Sus. Ich bin so groß. Victory, 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 victory. Ach, schade. Schade. Ich bin scheiße, dass ich den Report hat, nicht drücken kann. Arm ist so. Das ist mit mich. Leute, Leon steht auf dem Vent. Das spielen wir gleich rein. Mega Sus, der fliegt jetzt. Er wollte mich Vent killen. Ich stand auch gerade auf dem Vent. Besse. Leid. Okay. Echt. Schlimm ist das. Wie kann er es eigentlich wagen, ey? Ab geht nicht. Ich wusste gar nichts mehr. Was für ein Falsches. Was für die Werbung gelandet. Das sind die neuen Meta, Leute. Das funktioniert. Das sieht man ja. Das Ding ist, so, you are dead. Finish your task to win. Und dann diese unendlich lange Liste da drunter, ne? Oh, nee. Ha, ich war schneller. Was? Finde ich? Was los? Ich hab das hier rausgefallen. Was passiert? Ich war schneller. Jan hat meinen Hund geklaut. Oh, scheiße. Ich stand auf dem Vent. Was machen wir denn jetzt? Dann würde ich erst sagen Hundedieb und dann Dummbatz. Ja. Maya Faye, dafür, dass er uns hier Vorschriften machen will. Nein, nein, nein. Tschüss. Du bist als nächster dran. Ich? Ja, wer ist mein nächster? Das sagt er bloß, weil er es war. Razor wird jetzt rausgeworfen, haben wir gewonnen. Let's go, Bianca. Ja, das Problem ist, er ist dies wahrscheinlich. Er hat einen Hund geklaut. Nein. Imposter klauen keine ohne. Die haben noch keine Gefühle für sowas. Ja, genau deswegen. Eigentlich stehen wir ja nebeneinander rum. Sollten wir uns nicht hören können. Ey, nicht mal durch den Umdienst. Loll. Aber Bianca, wir hätten auch zusammen Razor rauswoten können. Das hätte ich lustiger gefunden. Es tut mir leid, ich wollte das Risiko nicht eingehen. Du hast mich schon vorher angefasst. Das ist nicht frech. Ich hab nicht... Du hast nicht gewackelt, okay? Sexuelle Belästigung, aber klatsch. Ja. Ja, du hast es schon. Ich hab meine junge... Ich hab unsere junge Auszubildende mal so richtig schön angewackelt. Ja, du hast gerade noch keinen Hund. Warum hat das noch einen Hund? Warum hat das gerade noch keinen Hund? Ich hab immer einen Hund, den siehst du noch nicht. Ich bin Sprint. Gehen wir zum Hundrückenspielplatz? Wo ist der denn? Komm mit. Oh nein. Ey, nee. Ich wollte mich gerade scannen, Leute. Ich muss auch so in der Presse Razor rauswoten, weil er RSGE gerade weglotsen wollte. Ja. Ey, 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 ist gerade Mittagspause. Wir sollten eigentlich alle in der Cafeteria sein und die gehen einfach raus da. Was soll denn das? Das ist echt so. Ey, aber Razer wollte mir sagen, ich kann nicht mehr Babys zahlen. Ja, aber RSGE, das ist doch ganz geil, Leute. Es gibt keine... Habt ihr das nicht mitgekriegt? Heute ist ja Arbeitsstreik. Wer von euch wollte bitte seine Tasks zu machen? Das ist Sabotage an der Gewerkschaft. Finde ich nicht in Ordnung. Dreiß, hat er mich einfach gevotet. Man kann die Bianca nicht voten. Selbst wenn die zwei miteinander gekostet haben und uns alle killt. Das zählt nicht. Ist völlig egal. Wer hat Bianca gevotet, dem mache ich gleich auch im Emergency Meeting. Ich simp jetzt für Bianca. Sie weist schon zwei Runden, ne? Was? Was? Leute, ich muss euch was mitteilen. Der Leon, der hat meine Queen gevotet, dass sie sus ist. Das finde ich gar nicht in Ordnung. Deswegen möchte ich den Leon mal so richtig vom Schiff runterschmeißen, damit er hier nicht wirklich viel mitgutachten darf. Nein, das ist ganz schön witzig, dass der nicht das findet. Ihr spielt doch locker zusammen, Alter. Kenne ich euch doch. Jaha, gute Reise, mein Freund. Eigentlich ist es im VR-Dreiber-Postler. Als nächstes müssen wir Folie runterschmeißen, weil der ist zwar weiß, aber noch kein White Knight. Das ist falsch. Oh shit. Folie fliegt als nächster. Oh, okay. Nein, ich will's noch nicht. Ich hab die so eine süße Maske auf dem Kopf. Ah, jetzt sehe ich den hier in eine Runde lesen. Oh nein, der kommt so traurig. Ey, du machst jetzt schon wieder die ganze Zeit auf den Wind, ne? Ich wär verrückt. Er wollte locker sich gerade selbst windkillen, ich sag's euch. Nee, nee. Raus mit dem Fischer. Raus mit dem Fischer. Folie ist kein White Knight, raus damit. Ja, selber kein White Knight, aber du bist ja nicht mal White, oder? Das rassistisch, das erfahr ich. Ja, echt, das will ich gar nicht in Ordnung vor ihr. Ja, aber er ist rassistisch, okay? Nee, ich will nur die Königin hier protecten, alles klar? Nein, man kann nicht zurück rassistisch sein. Das wär jetzt einfach so dumm, wenn Bianca jetzt wieder Imposter ist. Komm, Bianca, jetzt wurden wir doch zusammen. Er ist geäußern, hast du wieder gewonnen. Lauf um den Tisch, der killt dich, der killt dich. Lauf im Kreis, der killt dich. Nein, nicht der Reaktor. Lauf, Bianca, schnell, wir schaffen das. Du bist jetzt einfach instant tot, ne? Oh mein Gott. Nicht der Reaktor. Nein! Ich hab doch gesagt, lauf mit mir mit. Oh, ich dachte, ich schaff's noch, aber ich fahr zu langsam. Nein, du kannst es nicht schaffen. Während einer Krise kannst du kein Ding machen. Echt nicht? Nee. Nein, in der Krise geht. Ja, also der Imposter muss praktisch nur warten, bis ich random drei Leute rausgewartet hab, und dann den Reaktor starten, hat er gewonnen. Ja, nur genau. Das ist ein neuer Meter, das ist einfach so Speedrun hier. Ich bin richtig gut in dem Spiel, ich gewinn zwar nie als Crewmate, aber hey, es ist immer richtig schnell zu Ende. Du botest immer alle raus, Alter, das ist richtig krass. Ey, in der nächste Runde bist du der erste der Drogen. Okay, let's go. Bin ich auch für. Ja, komm. Du bist jetzt der erste der Drogen. Jan, wir haben einen neuen Hundespielplatz. Hey, Leute, wie bin ich denn schon, um Merchins zu passen? Ich warte da schon. Komm, ich zeig dir, ich zeig dir, wo die Kaninchen sind. Ach, äh, die Hunde sind. Du hast gewonnen? Ich möchte jetzt einen Jodel auf Bianca hören, dass du sie auch... Ich bin der Meinung, Folie muss Bianca jetzt unterstützen, ansonsten fliegt der gleich nochmal raus. Nein, ich bin dafür, dass Folie nochmal fliegt, wenn der Bianca jetzt nicht sagt, dass sie seine Königin ist. Nee. Ja, dann fliegt er. Okay. Raus mit Folie. Ich hab nicht aufgepasst. Folie passt nicht auf die Königin aus, der fliegt. Ja, schade Folie, ne? Aber wir müssen Jan auch noch im Auge behalten. Er hat keinen Hund mit. Das Beste ist einfach, ich warte die ganze Zeit alle raus, aber ich bin auch nie Imposter. Das ist so dumm. Raider, du bist so, du siehst meinen Hund nicht. Das würde ein Imposter sagen. Ich hab nur irgendwie meinen Hund. Mal hol, ne? Siehst du meinen Hund? Ja, ich bin der Meinung, Rizke ist auf jeden Fall sus, weil Leon ist gerade in den Wend gesprungen. Rizke stand da richtig fies daneben und hat einfach seinem Spaß nicht gegönnt. Also ist Rizke mega sus. Rizke wollte einfach mit seinem Schraubbohrader den Wend zuschrauben, damit Leon nicht mehr reinhüpfen kann. Das finde ich gar nicht in Ordnung. Ich glaube, er ist ein Spiel, dass er ihm beibringt, immer der Durchhüpfer. Steht so dir näher, machst du richtig. Hast du fein gemacht, Leon. Der armer Hund liegt da jetzt. Und der ist gehalten. Vor allem, weißt du, was die einzige Kacke bei diesen Hunden ist? Sie haben nur ein Auge. Sie können nur zweidimensional gucken. Aber gut, für dieses Spiel brauchen sie auch nicht. Hahaha, Opfer. Du, Leon, ich wollte dich mal fragen, du hast so eine hübsche Maske auf, immer wenn du aus dem Wend kommst. Wo hast du die gekauft? Ich bin ja eh eigentlich in den Wend. Ich bin ja wachs. Ich hab nie ganz fünf Euro bei Kick oder so. Ich sag's euch, jetzt ist es trotzdem... Oh nein, er kauft bei Kick ein. Er ist Jesus. Er ist Jesus. Der redet, obwohl er tot ist. Hey, Jesus. Komm, komm. Du hast du die... Oh nee, es ist so eine neue Schutzmaske. Nein, er ist Jesus. Mega, aber... Nein, nein. Du hast einfach eine Schutzmaske. Er hat sich ja seine Corona-Vorgaben. Man soll nur mit Maske rausgehen. Er ist mir egal. Das stimmt. Loser. Wie ist denn das jetzt passiert? Ich konnte dann nicht nur enttarnen. Hättest du wenigstens die Maske behalten können? Schaff mich, aber bitte mein Auffind wechseln, okay? Okay, let's go. Wolltest du den Ausschnitt wechseln? Okay, let's go. Also Auffind. Ja, ich wollte meinen Auffind mal ein bisschen größer machen. Also Auffind. Und? Essen. Und, hast du es geschafft? Nee, ich bin... Alter. Jetzt bin ich einfach so ein Ritter-Mafiosi, oder was? Jan! Komm, meine Ecke! Wo, 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 wo? Wo hast du die... Wo hast du die... Du hast kein... Du hast keinen Hund. Du bist los. Du bist los. Ich hab einen Hund. Nein, du hast keinen Hund. Da ist kein Hund. Da ist dir kein Hund. Ey, nee, 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 nee. Also, bei mir hat er einen Hund. Das ist überhaupt nicht los. Nein, Racer hat bei mir hat er keinen Hund. Oh, du scheiße. Bianca ist die Dinge, die gar nicht da sind. Bianca, du bist nicht mehr meine Königin. Der SGE ist jetzt meine Königin. Der hat einen Hund. Okay. Ciao. Du sagst, dass mein Mini-Crew-Mate wäre ja gleich alleine. Ich mach hier einfach einen Boykott. Mach das. Ein Boykott, ja. Das sehe ich auch so. Das wäre für mich cool, ganz schön. Wir machen hier einen Boykott. Wir schmeißen die Mädchen vom Raumschiff. Let's go. Ja, halt echt. Na, mach die Pyjama-Party, hoffentlich. Das haben wir zu. Was weiß. Wir brauchen keine Pyjama-Party. Jetzt ist unsere Raumschiff-Party. Jetzt sind wir alle hydrodynamisch. Das war so viel Fremdwörter, ey. Das ist doch viel zu schlecht. Racer, du hast immer noch keinen Hund. Warum hast du keinen Hund? Du hast keinen Hund. Nein, ich hab einen Hund. Du hast keinen. Du bist aber auch blau. Der ist auch gerade weggelaufen. Guck mal, hier. Hier, hier ist der Ross. Ich werde dich weggelaufen. Du bist nicht weggelaufen. Du bist gesoffen. Du bist voll blau. Hier ist jemand weggelaufen. Ja, pssch. Ja, Dumbaz ist weggelaufen. Da ist einer weggelaufen. Ja. Wer ist weggelaufen? Wir haben ausrastet in unserem Team. Da werde ich aber mal was fragen. Wenn ich weggelaufen bin, wie habe ich denn jetzt den Knopf gedrückt? Hä? Schach und matt. Ja, Schach und matt, würde ich sagen. Wir haben es alle gesehen. Ja, nee. Ich habe gesehen, dass ich es nicht gesehen habe. Let's go. Gut, mir leid. Nein. Nein. Bin ich auch für. Wir streiken hier die ganze Zeit und es einfach irgendwo anders hin ist. Ich habe auf die Kameras geguckt. Ja, die Kameras. Die Kameras sind nicht. Ich bin nicht. Meine Mama hat gesagt, ich kann alles sein, was ich will. Also bin ich jetzt ein Vogel. Huiiii. Hey, Katze. Warte mal, bis die Luft rausgeht da oben. Ich hätte auch gerne wieder eine Katze. Aber ich habe leider nur einen Rund. Ich zeige auch. Jungs. Uh, lecker essen. Was? Ich hätte auch was essen. Deon macht mir Angst. Ach, der hat das freundliche Mal. Nein, Razor, du verstehst ihn falsch. Der ist missverstanden. Er hat einfach eine Maske auf wegen Corona. Ja, er hätte mich. Und hat deswegen eine Maske auf. Was wollte ich überhaupt bei Fritz sagen? Das kommt auch dazu, dass das praktisch ist. Es gibt ja alle Menschen, denen die Maske hilft. Guck mal, er ist sogar schwarz und hat eine weiße Maske auf. Das wird ein bisschen ironisch, oder? Wenn das nicht so ist, dann... Ich will mich ein bisschen komisch nachhaben. Aber ich kann auch sagen, ich werde es hier schon haben. Ich meine, ist es umgekehrt, dass Blackface, wie man als schwarz oder weiße Maske mal aufsetzt? Scheißegal. Weg damit. Raus. Auf jeden Fall muss es weg. Stimmt. Wie kann ich eigentlich reden? Ich bin tot. Ja. Wie habe ich das gemacht? Ja, komm raus damit. Worte zu ist Geisterhaus. Ja, guck mal, die Taskleisten, da ist was passiert, Leute. Die Geister machen Arbeit. Nein, die Geister müssen raus. Wir kippen eure Gewerkschaft, Leute. Da siehst du, wie der Kapitalismus uns ins Sinn gebracht hat. Wir müssen noch arbeiten, wenn wir tot sind. Ja, richtig. Halt echt. Wie in der 1 Spongebob-Folge. Läu, haben wir haben Leon ausgekippt? Ja, tschau Leon. Der das auch echt nicht verdient zu leben. Nein, 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 weil er schwarz, weil er white-facing betreibt. Er betrefft whiteface. Ah, weil er uns was... Das, 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 das... Genau, er ist rassistisch, weil er white-facing betreibt. Ja, genau. Und ich habe mich da einfach richtig angegriffen gefühlt in dem Moment. Ja, halt wirklich. Ich bin der Meinung, dass der Imposter erst je noch töten sollte. Der Imposter, was? Er erst je noch töten sollte, das hat er verdient. Nee, wir sollten erst je so killen. Ich finde, der Imposter sollte einen Reaktor anmachen. Ja, warum ist der Reaktor eigentlich nicht an? Na, weil es schon nicht sus ist. Bin ich sus. Also nicht mehr. Er ist tot. Ich muss sagen, Kudi, guck mal, wir haben den Helm auf, wir haben alles auf. Und der SG ist so nackt hier. Ich habe Katzenohren auf. Ich bin mit dem Haustus. Okay, Leute. Nächste Runde spielen wir 20% vernünftiger. Also wir versuchen wieder Semi die Tasks zu machen. Warte, warte, true, true. Aber 20% mehr von 0 ist immer noch 0. Nein, also ich spiele es gerade so ein ganz, ganz bisschen vernünftig, weil ich Tasks mache, wenn ich tot bin. Ja. Aber so ein Argument ist schon richtig. 0 mal 1,2 ist immer noch 0. Ja, exakt. Ja, aber es ist ja nicht 0, weil ich tue ja gerade was. Die Tasksreise war ein bisschen voll. Und da mal 1,2 ist... Das ist schon 4 zu 4, was du da tust. Hallo, wir haben von der Gewerkschaft Auflagen bekommen. Die hast du einfach unvernünftig. Ich löse diese Gewerkschaft auf. Ja, du bist aber nicht der Boss. Wer hat mir gerade gesagt, dass ich nicht der Boss bin? Wer war das? Du. Folie? Unser Ritter raus. Wartet mal. Warte mal, ich zeig dir mal, wer hier der Boss ist. Pass mal auf jetzt. Komm her, komm her, Folie. Ja, raus mit diesem Möchtegern-Boss, Alter. Hey, darf ich mal Download-Seine machen? Darf ich bitte Folie jetzt noch umlegen? Leute, könnt ihr mal bitte jetzt irgendwie... Also entweder Folie rauswarten oder mich Folie noch killen lassen gleich. Ich will rausfliegen. Dann mach ich doch extra für euch einmal den Reaktor an. Uh-uh. Mann! Raus mit ihm, Alter. Raus mit dem Fallschiff, Alter. Wir haben keinen Boss. Ich löse die Gewerkschaft auf. Wir sind eine kommunistische Kommune. Ich muss hier aber passieren, ey. Guck mal, komm her. Ich weiß, wie wir mit ihm laufen. Ich bin das einfach. Und dieser faschistische Mensch hier wird uns weiß machen, dass unser Konnis uns falsch ist. Wenn ich mich in der Liste drehe, steht der statt dummen Mund. Okay, kann der Imposter mal kurz Folie töten? Rauser, komm mal mit. Nein, 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 nein. Der ist gegen die Gewerkschaft. Nein. Rauser, bleib weg. Komm, Rauser, bring mich um. Ich liebe dich. Gott. Oh nein. Ich hab's ganz genau gesehen. Ich bin schon tot. Pink war. Ich glaube, Lida stand daneben. Ich finde, es war Lida. Nee, ich stand daneben. Aber ich dachte, pink wäre das. Ja, ich stand daneben. Ich habe Lida pink. Ich würde sagen, es ist blau, weil ich war in der WG. Oh ja, dann war es auf jeden Fall blau. Wenn Bianca sagt, Bianca ist ja wieder meine Königin. Da bin ich kurz rumgewendet. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist nur lustig, wenn ich das mache, okay? Okay, tschüss. Hey, als ob ihr das nicht gesehen habt. Ich war nicht da. Also ich habe gesehen. Okay, Leute, lasst jetzt mal wieder versuchen, ein paar Tasks. Also lasst mal wieder nicht mehr ins in den Knopf ballern. Lasst mal wirklich ein bisschen spielen jetzt wieder. Sonst würde der Witz. Ja, wir haben ja gar nicht ins in den Knopf. Ich habe Tasks gemacht. Okay, lasst mal wieder Tasks machen jetzt. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er einfach self-reported. Warum hast du ihn nicht killed? Ja, warum würde Maya Fade das tun, ne? Wir sind extra da zu zweit hingelaufen, wie ich im Folie. Und du stehst da schon. Und dann tust du sowas. Nee, das würde ich auch sagen. Er traut dann raus und weg von Bord hier. Er traut dann irgendwann nicht falsch. Weißt du, dann wollte ich nach dem Reaktor den Knopf drücken. Killt er mich einfach neben dem Knopf. Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, wo du das gesehen hast. Ach, scheiß doch. Der Häus muss sich weg. Du hast es gesehen, oder? Ja, ich habe es gesehen. Ja, die Sichtweite muss runter, Jungs. Er macht Pflicht aus. Okay, Leute, ich mache die Sichtweite runter. 0,75. Der kommt vor dem Impostor, der hat dann 0. Crewmate Vision ist jetzt auf 0,5. Der Impostor muss auf 0,75. Gönnt euch. Wir dürfen die ganze Zeit noch nicht sehen. Gute Nacht noch. Gute Nacht. Okay, wenn wir jetzt nur zu 5 sind, dann mache ich das ganz easy. Ich mache einfach beide auf 0,25. Ach, du Scheiße. Aber dann killt Crew dann auch noch die Tricke am besten. Am besten Kill Distance auf Long. Let's go. Ja, genau. Und mir mutet euch wieder, ne? So. Vielleicht schaffen wir ja diesmal zwei Tasks, bevor ich sterbe. Einen habe ich. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Gehen wir mal zu O2. O2, kennst du. Ich sehe nichts, Leute. Es ist so dunkel hier. Ich höre die anderen Garten. Ach, nicht der Reaktor, ey. Warum schon wieder der Reaktor? Ich ignoriere den einfach mal. Mal schauen, was passiert. Guck mal, jetzt mein Task im Codquid. Ich finde, da sind schon zwei Leute tot und wenn ich jetzt da hinten nicht hinrenne, dann ist... Äh, RSG, eh warm sind wir beide hier vorne. Ich glaube, der gewinnt jetzt wegen dem Reaktor. Ja, das ist blöd gelaufen, ne? RSG, wie wir uns gerade angeguckt haben. Hey, du gehst auch nicht zum Reaktor. Nö, und du... Wir standen beide im Cockpit. Oh, wow. Ich hab gedacht, ach komm, da geht bestimmt schon wer anders hin. Und RSG hat mich dann so angeguckt und ich war so... Ja, irgendjemand war da hingegangen, aber ich hab einen schon vorher getötet. Ja, mich. Nee. Da war wohl die Arbeitsmoral der Gewerkschaft wieder zu niedrig. Ja, das ist einfach kaputt. Eigentlich geht man nur zu den Merchandise-Botten so ganz leicht. Psch. Ich warte jetzt hier. Ich warte auf die. Ich weiß, wenn jetzt hier wer reinkommt, dann sehe ich den. Ich passe jetzt auf den Reaktor auf. Ich bewache den. Ich stehe jetzt hier immer schon, wenn er jetzt da vorbeirennt. Ich bin die Reaktorwache. Das werden die niemals rausfinden. Ich bin die Reaktorwache. Ich warte den Scheiß hier mal kurz, dann wache ich die Tür wieder. Sehr gut. Das ist ja auch noch schnell. Ich mach den oberen. Hat der alle außer mich umgebracht? Ja. Ich hab extra den Reaktor bewacht. Ich stand die ganze Zeit im Reaktor und hab gewartet, dass da wer langkommt. Ich war die Reaktorwache. Ich hab mich schon gemeldet müssen. Ich hab mir schon gedacht, dass der gewendet ist. Oh Mann. Ich hab alle nach und nach gezündet und keiner hat die Körper gefunden, weil ich hier immer... Ich bin halt nicht rumgelaufen. Ich stand halt nur im Reaktor und hab gewartet, dass es mir vorbeikommt. Ich stand auf dem Bett, um mitzuwenden. Ja, und dann hab ich dich auf dem Bett getötet. Ja. Und dann bist du weggewendet. Eigentlich hätte ich auch noch liegen müssen. Eigentlich war ich unsicher auf die Hand. Aber dann war es schön weit weg, dass sich keiner gesehen hat. Ja, ich würd ja sagen, Pikasus... Ich bin mal ein Reaktor, hab ich gehört. Wärst du's? Ja, genau. Genau, Bianca ist so's. Ja, genau. Jetzt hab ich's gesagt. Dreist. Das war alles sehr dreist. Alter. Kill den, der das bei Admin machen möchte. Das war richtig scheiße. Oh no. Das war so richtig assi von mir gerade, oder Bianca? Ja. Aber war zu erwarten. Ich hab Oxygen sabotiert, mich in Admin reingestellt, gewartet, dass wer reinkommt und den gekillt. Und dann hab ich gewonnen. Bist du da reingewendet? Nö, ich bin einfach reingerannt, stand da einfach. Ich stand am Admin-Panel. Oh, hast du mich nicht gesehen? Ich stand da in der Eingangstür, hab Bianca in der Tür gekillt. Ich hab dich gesehen, warum ich gerade vorbeigelaufen. Man muss eigentlich mal gucken, wie dunkel es wird, wenn du denn noch Licht ausmachst. Ja, so wie es halt ist, wenn man Licht ausmacht, würde ich sagen. Ne, es wird dunkel. Ich hab's gar nichts mehr. Das ist einfach nichts mehr. Kannst du dir ausführen, wenn du jetzt ein Pasta wirst. Mach mal bitte. Da hab ich das nicht. Ich kille jetzt einfach den Nächsten, den ich sehe. Ist mir scheißegal. Ich geh jetzt einfach rum und kille einfach jeden, den ich sehe. Die wollen das Licht nicht reparieren. Oh nein, die haben das Licht repariert. Man sieht gar nichts mehr. Das ist voll geil. Man sieht nur so zwei Füße. Ist richtig dunkel, gell. So, wo lag die Leiche? Der Armin wollte ihn überfixen, hab ich gesagt. Also, wo lag der direkt vor dem Lichtschalter, oder was? Ja. Beide, beide zusammen. Wer war zusammen? Ne, ich war alleine unterwegs. Ihr wart alle alleine? Ja, wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung, also ich hab nur meine Füße gesehen. Also, wir können auch Leon rausworten, wenn er keine Ahnung gesagt hat. Also, ich hab Ahnung, ich war alleine. Ja, mega. Ah, verdammt, da hab ich mich wohl wieder verstanden. Hab ich mich wohl wieder verraten. Ja, Mensch. Ja, Rippa, da haben wir gewonnen. Attacke, Jungs! Victory! Easy Sieg. Easy Sieg. Also, wir haben gewonnen. Uuuh. Na? Uff. Was, ein Dummatz. Öfter hier. Ja. Das ist schon zwei Mal. Ich hab mich einfach vor den Lichtschalter gestellt, gewartet, dass wer kommt und den einfach instant da getötet wird. Ich hab's gesehen. Wo war denn der Lichtschalter? Der Lichtschalter ist bei Electrical unten. Aber ich war in der Cafeteria. Nein, dich hab ich am Ende. Ich meine, erst eh am Anfang. Da hab ich einfach vor dem Lichtschalter gekillt, als er den reparieren wollte. Das war echt geil mit dieser kleinen Vision. Das ist so dumm auch. Ich glaub, du kannst richtig geil pranken als ein paar Apostel. Oh, Mad Bay ist lange. Das mach ich als erstes. Ob die Crewmates jemals wieder gewinnen werden, das erfahren sie in der nächsten Folge von Wochenend Kids. Oh nein. Aber wenigstens hab ich's angeschaltet noch. Oh, guck mal. Ich seh ja wieder was. Ist ja interessant. Ja, erst mal noch ein Kabel verbinden. Das reicht auch hin. Das ist mehr als genug. Da haben wir schon Strom. Mehr brauchen wir ja auch gar nicht. Lauf nicht zuerst. Geh, das ist ne Falle, Leute. Da ist eigentlich zugeklappt. Kann ich die da aufklappen? Ja. Alter, ist das viel. Kein Wunder, dass die zugeklappt waren. Wer will denn das alles lesen? Plup. 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 Mal wie viele Leute sind schon tot. Ich werde gleich hat er gewonnen. Ist einfach noch nichts passiert. Ich krieg meine Tasks nach und nach hin. Telekom ist jetzt der letzte. Ripp. Ich wollte doch nur über den Ruf reporten sollen, aber das ist ein bisschen verrückt. Da war ich gleich so rumgelaufen. Gut gemacht. So, wollt ihr noch eine richtige Runde spielen? Wollt ihr noch eine richtige Runde spielen, wo der Impostor nicht alle 10 Sekunden killen kann? Ja, mach mal alle 30. Ja, mach ich. Aber es ist trotzdem die gleichen Einstellungen. Ja. So. Ich mag das irgendwie mit der Short-Sicht. Das ist voll witzig. Ja, das ist richtig lustig. Ja, das ist richtig geil. Und dann einfach Lichtsabotieren und den R.S.G. direkt vor dem Ding töten. Ne, Leon war es diesmal. Der gestorben ist. Kann ich noch nicht. Der Licht aus. Le, 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 le. Ich kann die Türen nicht beeinflussen. Der ist ja alleine drin. Oh, ja. Lalalalalalalalalala. Gott, ist das blöd. Warum darf ich nicht sabotieren? Ach, das Licht ist nicht repariert. Gott, ist das dumm. Oh, Leon ist tot. Oh nein, nicht Leon. Der war mir immer der Liebste. Maya Face auch tot. Ja. Es könnte sein, dass beide da drin liegen, aber eigentlich nicht. Wo drin liegen die denn? Ja, wo? Oh, wohl. Hey, Electrical, was? Ah, aber die. Oder boah, hast du einen Faye hingepackt? Ich weiß nicht, wo ich die hingepackt habe. Ich habe vergessen. Nein. Okay, true-sus. Ja, erst gegen Jesus war das gesagt hat. Und nu? Ja, jetzt habe ich euch am Sack. Mann, ich dachte mir... Oh, es wäre so geil, wenn Leon nicht gestorben. Leon auf den Assi. Also, Racer, ich kann dir sagen, ich vertraue dir, dass du da jetzt keinen Self-Report gemacht hast. Mann, ich hätte so gegen Leon rausgehauen. Weil ich stand da schon mal am Dings. Und Leon ist rechts an mir vorbeigerannt. Der Impostor war auch mit drin. Ich war halt rechts bei Navigation die ganze Zeit und bei Shields und habe da die Tasks gemacht. Das kann ich sogar leider fast prüfen. Ich habe keine Tasks gemacht, ich habe Leute umgebracht. Ey, jetzt, ich weiß. Ja. Ich konnte ESG leider auch prüfen. Man kann sich ja nicht in den Impostor verstecken, das geht nicht. Ich, ich fall nicht aus. Ich habe gesehen, dass du da rein bist und ich wusste, dass du keinen Impost hast, deswegen wusste ich, dass du da noch drin bist. Ich konnte mich da noch nicht mehr sehen. Ich schon. Vor allem, ich dachte, du machst das Licht wieder heil und gehst dann wieder. Du gehst da richtig in den Elektrik und rein. Was soll denn das? Was willst du da drin? Ich habe das Licht heil gemacht eigentlich, aber das war halt nicht heil dann. Ich habe auch mehr da rein zu gehen. Was machst du denn tags? Bist du denn bescheuert? Ich habe das Licht heil gemacht, also hätte. Ach, Mist. Da wurde ich gerade am Knopf drücken, sind die Lichter aus. Stört ja keinen. Na, Jungs, alle da? Security Weapons. Storage, das ist RSGE. Storage. Schauen wir, wohin geht. Lower Engine. Security. Wenn da gleich nur noch einer ist. Es ist nur noch einer. RSGE oder der andere ist es. Nee, wobei, da oben ist jetzt einer raus. Schauen wir das mal an. Leon kommt mir entgegen. Wenn jetzt... Ähm... Leiche liegt in Security. Ah, wenn die in Security liegt, da ist gerade Leon mir entgegengekommen von da. Wie in Security? Da war ich doch eben noch. Ja, ciao. Ja? Genau richtig. Ciao. Ach was. Also Razer und ich standen an der Kamera. Ist doch witzig, dass jemand ganz an Security stand. Und in die Camps aus waren. Tschüss. Gute Reise. Ey, ich will, das war falsch. Der war es auch. Das war RSGE. Das war falsch. Der ist da zu uns reingegrandt, hat gesehen, dass er es nicht killen kann. Das untenrum gerannt hat, hat es oben einer gestorben. Das war RSGE. Jetzt machen wir den Reaktor, dann killt er mich und hat er gewonnen. Ich laufe ihn mal hinterher. Hallo RSGE. Ist das dein Hund? Er ist süß. Ist ja gar nicht RSGE. Mist. Ich mach oben. Dann mach ich halt unten. Ich geh noch. Elekt- Jawoll. Was hab ich euch gesagt? War RSGE? Ich hab ruhig wusstet es. Warum habt ihr Leon rausgefautet? Weil er mir entgegen kam. Das fand ich gruselig. Der kam mir entgegen. Das war gruselig. Der war doch gar nicht in Security. Der war wirklich in Security. War denn Camps? Oder war das nicht in Security? Nein, ich hab den Eichern. Die waren doch gar nicht in Security. Die hab ich doch woanders umgebracht, dachte ich. Hä, wieso? Hä, wieso hat irgendjemand gesagt Security? Hä? Das hab ich mich halt auch gefragt. So, hä? Ich hab doch wirklich... Wo hab mich denn jemand getötet? Der hat doch Security getötet. Der ist hier mal in Security reingelaufen. Ja, das war RSGE. Und dann gingen Camps aus. Und nu? Aber ich hab als Security niemanden umgebracht. Ja, aber da stand ganz einer da drin und ist wohl aus den Camps rausgegangen, als du da kamst. Jetzt einfach nur die Camps drin bleiben, so eine Idiot. Fand ich jedenfalls gut, weißt du so, Leon Vollsuss, ja Leon, Leon ist, äh, Leon hat jemanden getötet in Security. Ich so, hä? Ich hab niemanden in Security getötet. Nein, ich hab... Was ist denn da jetzt passiert? Ich hab gefragt, äh, Sec... äh, ob jemand in Security war. Äh, ja, ich. Da hat mir so... What? Wer würde was dazugeben, wenn er tatsächlich jemanden umgebracht hätte? Ich hätt's zugegeben. Ich hätt's zugegeben. Pfff. 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 So, machen wir mal ein Schiffchen hier. Wir finden doch gleich zur dritten eine Leiche. Wir sind die drei Fragezeichen-Detektive. Wir lösen jeden Fall. Vor allem den hier. Mit Lingers. So Leute, es ist ganz schön dunkel hier. Hat mehr wie eine Taschenlamme für mich? Nee, leider nicht. Ah, Mist. Ist das böse jetzt doch keine Leichen da? Nee, musst du das Licht ausmachen. Ja, mach ich mal. Musst du das Licht ausmachen, dann wird's hell, genau. Wenn's schon dunkel ist, du machst das Licht aus, dann wird's hell. Weil es kann ja nicht mehr dunkel sein. Nein, nein, dann siehst du aber mehr als mehr. Ich bin so's. Haha, was? Bin ich auch. Ey. Tschüss. Ich beobachte. Das ist jetzt echt witzig, muss man sagen. Mein Freund. Ich schaff das hier gar nicht mehr, das Zeitlicht zu drücken, ey. Na Leon ist es. Gut zu wissen. Der Electrical Camper. Da oben ist er. Da steht er. Da steht er. Da steht er. Dann wendet der einfach eiskalt. Nein, RSG Lauf. Ja. Beide in die andere Richtung. Er sieht ja auch nix, ne? Die sehen ja beide nix. Das ist ja das Interessante. Durch den Scheiß hier. Jetzt hab ich gerade rausgetappt. Oh Leute, ich bin so gut. Ich hab das ganz alleine geschafft. Ich bin ein großer Junge. Na, Reza, bist du auch tot. Blöd, ne? Tja, ne? Das ist blöd jetzt hier. Jetzt muss er einfach nur die Leiche campen und hat dann gewonnen. Wie es eben so ist. Ich hab gar nicht gesehen, was er geschrieben hat. Ich muss den Upload nochmal machen. Tschüss, RSG. Alter, wie, da ist keiner von mir weggezogen zu Mad Bay die ganze Zeit gewendet. Ich war in Mad Bay die ganze Zeit. Leon ist die ganze Zeit hin und her gewendet. Das war schon ein bisschen länger her und du dachtest mir schon so, what the fuck? Wir wendeten den ganzen hin und her? So, letzte Runde für mich wieder nach ins Bett. Nee, zwei Runden, ne? Same here. Zwei Runden. Ähm, ich glaub, da hat jemand die Ventus. Ja, ich hab's auch gesehen. Wait, ihr habt das gesehen? Ich glaub, es war RSG. Ja, ich auch. Könnt ihr denn Benz sehen? Ja, ciao, RSG. Ihr habt den in dem Benz gesehen. Ihr habt doch gar kein Gesicht da drauf. So, erst RSG rauswerfen und dann stech ich Razor ab. Let's go. Ja. Könnt mir nichts mehr zu tun. Okay. Ja, das ist an der Verteilung zu sagen, hä? Ja. Katzenleben länger mit Kai-Kohn. Gut. Pai ist ganz schön suspekt, wenn er, wenn sie Leo an... Dings. Gut, jetzt können wir hier in Ruhe zusammen weiterspielen, wie netten Crewmates. Hey, da hat einer das Licht aufgemacht. Hey, who turned off the lights? Hey, who turned off the lights? Hey, who turned off the lights? ! Oh. 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 Losen Task hören wir doch jetzt schön. Wir schaffen das. Hallo Freunde, Willst du was für dich jetzt rausvoten? Ich würde eigentlich nur gucken, ob da neue gestorben sind. Ne, hast du ja keine umgebaut. Ich glaube es ist nochmal RSG. Ja nochmal RSG. Jetzt ist es der blaue RSG. Das ist der schwarze. Die schwarzen müssen immer zuerst raus. Wieso denn die schwarzen? Oh, blöd gelaufen, ne? Ach, Michel hast mich nicht gekillt. Ich stelle mich jetzt aus Protest hier rein und helfe dem Reaktor Meltdown nicht. Das ist auch so dumm, einfach den Reaktor anwerfen, wenn nur noch zwei Leute da sind, die den aufhalten können. Musst du ihn nur in die Tür schnell und einen umbringen. Das ist doch wirklich Leon. Ja, man hat ihn doch am Anfang wenden sehen. Ne, ich nicht. Ich schon. Ich auch. Ich habe einen Electric Kick. Wollen wir jetzt mal eine richtig spielen, oder wie meint er das? Ja, wir machen eine richtige. Eine richtige zum Abschluss. Let's go. Ja, ja. Nur noch ein. Sehr gut. Ja. 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 Okay. Mal schauen. Wie sieht das Licht aus? Ja. Ich glaube, das ist bei den Einstellungen richtig, ah sieht das Licht aus. Zumal da sieht überhaupt niemand irgendwas. Ich bin zu 5, ne? Da muss irgendwo noch jemand sein. Hier darf ich jetzt niemanden töten, sonst kriegen die das mit. Scheiße, in meinem Keller liegt der Leiche. Ich bin's nicht bewiesen und dich kann es nicht beweisen. Scheiße, über die Knut. Ja, Maya-Maya-Face, Tod und Admin. Doch, ich hab das nicht getan. Und nu? Wie werde ich ihn los? Also, ich würd schon mal sagen, Leon ist echt. Weil ich's im Text kenne? Ja, solang kann die Leichen-Admin nicht mehr liegen. Find ich ne gute Runde bisher. Ja, wir sind sehr aussagekräftig hier gerade. Skip-Bull. Skip-Bull. Maja-Face, gib uns ein Zeichen. Uh, tut euch. Ah. Ein gutes Zeichen. Natürlich wartet er mich, ne? Ja. Muss ich ja. Maja-Face, bist du gestorben? Ich muss... Pink ist so ne Hassfarbe von mir. Ich muss... Bester-Bester-Numa-Numa-Yay, Numa-Numa-Numa-Yay, Numa-Numa-Numa-Yay. Ah. Wie ist so nahes und Dragostear-N upper-Numa-Numa-NYay! Okay, das ist so weit. Das war's. Oh, wer ist das, was ich so toll? Klappe zu, RSG-E tot. Das hab ich nicht gesehen, dass ich tot war. Wir wären ja oben mit dem Wettens. Nö, ich war im Vent von Electrical am Ende noch. Ja, das weiß ich. Ich hab... Da hab ich irgendwen getötet. Ja, ich weiß nicht. War es Leon? Äh, kann sein. Ich hab überlegt, er wird hochzurennen. Das dümmste war der erste Killer. Da stand ich einfach mit RSG-E und Bianca auf dem Haufen und ich hab RSG irgendwie nicht realisiert. Da hab ich einfach Bianca getötet und übersehen. Er steht da und hab Instant Self-Report und so. Nur keine Ahnung, was mir verfehlt ist. Und ich hab mit Himmert einfach gar nicht hingeguckt. Ja, das hab ich gemerkt. Ich hab dich hier aber richtig gewartet. Warum? Ich hab's aber falsch gespielt. Ich hab ja den Reaktor... So, in der letzte Runde hab ich gehört? Das war ja die letzte Runde. Nee. Oh. Nee, ich geh jetzt ins Bett, sorry. Ja. Ich bin richtig müde. Vielen Dank fürs Zuschauen, für alle, die jetzt noch da sind. Ne, bis denn. Guten Tag. Ich brauch noch ein Postbus.